Und ich sage Hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich bin gerade dabei, die Loyalitätsmission für Miranda zu machen und habe den Tane auch mit dabei. Allerdings muss ich tatsächlich mal gucken. Den habe ich jetzt das erste Mal mit. Ich muss mal sehen, wie sich das so spielen wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das wird sich zeigen. Wir wollen auf alle Fälle Mirandas DNA-Zwillingsschwester retten, die anscheinend vom Alter her anders ist. Die wird wahrscheinlich eingefroren gewesen sein, die DNA oder oder. Vermute ich mal, dass sie deswegen wesentlich jünger ist. Gut, jetzt ist da noch einer. Den macht ihr mal. Ich komme hier mal rum. Wir haben jetzt natürlich alles hier, ähm, keine wirklichen, ja, sauberer Kehle. Gehe in Frieden. Gehe in Frieden, der ist auch gut. Ich finde den so toll, ich finde den so, ähm, der hat so Style, oder? Der Tane. Der ist schon sehr cool. Okay. Mal nachladen. Jetzt kann ich keine Moon mehr aufnehmen. Okay. Ich gucke mich mal wieder so ein bisschen um, ne? Du kennst es ja. Ach, siehste, ich kann hier auch wunderbar abspeichern. Perfekt. Und, ähm... Ja doch. Ach, siehste, nur weil du kommen sie gesagt hast, Miranda. Ne? Wollen wir mal festhalten hier. Oh, das wäre doch gemein. Gemein, gemein. Okay. Ah, hier ist ein Fahrstuhl, einwandfrei. Ach, guck mal, liegt hier noch was drum? Ne. Okay. Ah ja, nichts Brauchbares hier, ne? Was sind das hier für ein Saftladen? Team 4, hören Sie mich? Team 4! Moment, ich hab eines ihrer Funkgeräte. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Shepard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Orianna ist nur genetisch meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Ja, ist auch jetzt scheißegal, wir retten die jetzt. Wenn Eclipse weiß, wo Orianna ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Wenn sie irgendwie an Niket rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Orianna zu kommen. Können Sie mir etwas über die Frachtverladeanlage sagen? Wir müssen durch ein System von Transportbändern. Das heißt jede Menge Bewegung und dadurch erschwerte Zielerfassung. Wir müssen voll konzentriert sein. Außerdem haben die Frachttransporter Gefahren gut geladen. Also passen Sie auf, wohin Sie schießen. Ach, das klingt ja nach das Richtige für mich, ne? Alles klar. Speichern, speichern, speichern. Ne? Und so. Wow, 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 wow. Da gibt es ein PDA. Ja, ja, jetzt muss ich hier erstmal was hacken. Das ist auch wichtig. Da kommt Geld bei raus. Ja, da unten. Zack. Sehr schön. Green. Green, green. Wo ist es? Das ist auch nicht das Richtige. Ach, Manu. Da. Na, komm schon. Und ganz viel Grün. Ach, das ist das hier. Okay. Ja, einwandfrei. Hätten wir das doch. Mensch, ne? 1.500 Credits hier. Also das grenzt ja auch schon ein bisschen an Verarschung hier. So. Explosiver Container, aber da steht niemand hinter, oder? Ach so, ist doch schon explodiert hier. So. Ja, kommt ihr her jetzt hier, oder was ist hier euer Auftrag? Aua. Da ist noch so ein explosiver Container, guck mal. Finde die Kampfdrohne, Vorsicht. Eine Kampfdrohne? Na, wenn du das sagst, du. Ach da, ja, ich sehe schon. Okay, ja. Da müsste ich näher ran. Ich sehe, das hat doch keinen Wert hier. Ja, egal. Machen wir ein Feuerchen? Ja, aber bitte nicht auf meine Kosten. Das tut mir auch weh, ne? Also ist schon klar, ne? Das geht so natürlich auch nicht, ne? So. Massive Energiestöße. Okay, setzen Schilder aus. Ja, einwandfrei. Genau, das wollen wir. So. So, ja, prima. Deswegen, ähm, ist Miranda bestimmt da. Ähm, du weißt schon, dass du da nicht drin, dass du da nicht so, ne? Okay. Also, ne, wusste er anscheinend nicht. Das ist ja auch geil, ey. Okay. Ja. So, ja, dann, ähm, go. So, ja, wir gehen hier mal weiter. Da liegt Munition. Okay. Jetzt hier mal noch gucken. Ja, ich will, weißt du, ne? Weißt du, weißt du, weißt du Bescheid, ne? Ich muss ja immer ein bisschen gucken. Ne, ist nichts weiter. Okay. Ah, jawohl, das kann ich gebrauchen. Munition kann ich auch gebrauchen. Maschinenpistole scann ich. Ja, wunderbar. Immer mehr. Gib mir mehr Upgrades. Ich muss dringend unbedingt Rohstoffe sammeln. So. Au. Hallo. Sag mal. Hakt's bei euch, oder? Bitte überdenken Sie Ihre aggressive Angst. Wir sind durch meine Schilde durch. Hat sie gesagt, bitte überdenken Sie Ihre aggressive irgendwas? Okay. Ja, ne, ist klar. Ich bin hier die aggressive, ne? Ich bin überhaupt nicht aggro. Es gibt hier gleich aggro Berlin. Okay. Ähm. So. Ach nein, ich wollte hier... Ja. Ne, ist klar. Ja, ist egal. Machen wir den. So. Nein, danke. Schade. So. Okay. Da. Okay. Wer geht zum Ozean? Ich wollte da rüber eigentlich. Geh jetzt zum Ozean. So. Ähm. Ho, ho. Da hat's explodiert. Okay. Alles klar. Ach, da oben sind noch zwei. Ach, drei sogar. Ja, ich seh schon. Okay. Ja, ne, ist klar. Ähm. Können wir den mal hier irgendwie so und den vielleicht auch und dann wird alles gut hier. Ach, da ist noch einer auch. Ne, brauche ich unbedingt hier. So. So. Oh. Können wir den hier oben mal jetzt irgendwie ausschalten? Ey. Der geht mir auf den Nerven. Okay. So. Ja, was ist dein Auftrag eigentlich hier? Ich halte sie fest. Ja, ich halte sie fest. Ey. Das war knapp über meinen Kopf, ey. Das geht so nicht. Ich halte sie fest. 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 Okay. Weiter gehen. Weiter gehen. Weiter gehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Ach. Ach, von da. Ja. Ich wollte gerade sagen. Irgendjemand tut mir da weh, ne? Irgendjemand tut mir weh. Okay. Ja, den können wir mal hier. Den müssen wir hier. Da so. Ja. Löse mal aus. Okay. So. Ist ein sehr netter Attentäter, dass der immer noch ein Gebet loslässt. Also zwar für sich, ne? Aber immerhin. Alle außer meiner Wache von Nikkei abziehen. Um ihn und das Kind kümmere ich mich persönlich. Verdammt. Ich lasse nicht zu, dass sie Oriana kriegt. Ich muss hier erst mal gucken, was hier ist. Da. Oh. Ach, da geht's weiter. Guck mal, aber andere Seite war da auch noch was. Sterbt jetzt mal aber nicht da, bitte, ne? Geht das irgendwie, dass ihr das überlebt? Ist das irgendwie möglich? Ich hoffe. Ich war hier noch nicht fertig mit Gucken. So. Damit lässt sich was anfangen. Ah, cool. Medigil-Kapazität. Siehst du, jetzt habe ich doch noch welche gekriegt und die habe ich gar nicht gekauft. Das ist doch auch gut. Schön, ja. Sonst noch was? Hier ist noch ein Terminal zum Hacken. Auch das mache ich natürlich. So. Ach, Mann, oh, ey. Da. Zack. Und dann, ähm, das ist das. Und dann, tam, talam. Wo ist denn das? Wo ist das denn? Na, wo bist du denn? Oh nein. Da. Na, da muss jetzt aber ein bisschen Geld bei rauskommen, ne? Nicht nur 1500 hier. Naja, 3000. Lass ich gerade so durchgehen. Okay. So, jetzt können wir. Ich glaube, jetzt habe ich hier. Jetzt können wir auch gehen. Wow, 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 wow. Die kommen mir schon entgegen. Guck mal, die sind ja höflich, ne? Das sind ja ganz höfliche Wesen hier. So. So, einwandfrei. Mal nachladen vielleicht, wa? Oder wie? Andere Seite müsste ich mal gucken. Da. Vordere Unterstützung an. Vordere Unterstützung an. Du brauchst keine Unterstützung mehr. Du bist jetzt leider, weißt du, wieso, kaputt, ey. So. Ah, nein, das ja nicht. Ich will jetzt das. Ich kann nicht das nicht. Kann ich das nicht? Aha. Ah, ja. So, ja, von hier kann ich auch ein bisschen besser leaksen. So. Okay. So, nächster bitte. Ausgezeichneter Schuss. So. Okay. Weitergehen, weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen, meine Damen und Herren. So. Wenn ich die Musik höre, ne? Ach, da kommen sie angerannt. Ja, ich sehe schon. Na ja, da komme ich nicht ran an den explosiven Container hier. Ja, das macht nichts, Miranda. Die wissen doch, dass wir hier sind. Da dürfen wir auch ruhig entdeckt werden. Das ist gar nicht so schlimm. So. Da, dann machen wir das halt. Und, ja, egal. Ich muss mal vor. Hier wird niemand abgefackelt, sag mal. Ich werde dich abfackeln. Geht's euch allen echt irgendwie noch gut? Ich glaub wohl mal nicht, ne? Wo kann man denn überhaupt lang? Ich glaub, wir müssen jetzt hier gleich links räumen. Wow, 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 wow. Wow. So. Okay. Aber da könnte ich doch jetzt hier gleich mal, hier, guck mal. Pass mal auf. So. 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 Hier. Da ist noch einer. Da ist er auch noch. Gute Nacht, ja. Finde ich auch. Gute Nacht finde ich gut. So. Aber da kann ich jetzt natürlich nicht drauf schießen, ne? Ach, Menno. Ja, hab ich auch gedacht. Ach, das sind aber auch viele, wa? Die kommen da echt auch so aus allen Ecken und Enden irgendwie gekrabbelt. Das ist ja echt lästig. Na gut, okay. Dann, ähm, singularisieren wir die mal wieder hier, wa? Guck mal, so. Oh, wow. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich mal durchschnaufen hier. So. Los geht's. Okay, los geht's. Ja, wenn du das sagst, du. Ich hab mal wieder keine Munition mehr, weißt? Das ist halt echt irgendwie für den Arsch, ey. Oh, nein. Ich wollte hier, kannst du den, den hier nehmen lieber. Ja, und da ist, nee, das, ähm, ist witzlos. Das ist okay. Ich hab keine Munition mehr. Hallo. Hallo. Ah. Na gut. Ähm. So, vielleicht. Ja, perfekt. Können wir jetzt mal weitergehen? Ich brauch Munition. Es tut mir sehr leid, dass ich das sagen muss. Was machst du hier hinten eigentlich? Wartest du auch irgendwie auf schönes Wetter, ne? Ja, siehste. Ja, können wir gleich machen. Ich muss jetzt erst nach Munition gucken. Es tut mir sehr leid. Aua. Ah, na, bravo, meiste. So. Die andere, so, ne, ist besser als nix, ne? Ja. Ich bräuchte Mun. Hier hätte man ein Problem. Ah ja, hier kann ich ein Terminal untersuchen. Ja, siehst du, da gibt es 3000 Credits. Ist auch schön. Da ist irgendein komischer Container noch. Aha, 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 aha. Ähm, da unten kann man durchlaufen. Ja, nee, da ist aber nix zum Einsammeln. Das, ähm, ach, da ist Munition. Immerhin, ne? Dann kann ich ja mal wieder wechseln. PDA vom toten Söldner wurden... Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ach, da, guck mal. Auch das hacke ich natürlich. Ähm, ähm, zack. Orange, 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 orange. Da ist es doch. So, und jetzt da mit weiß oben. Okay. Das hier. Jawohl. Das hat sich... Das ging schnell. Das hat sich gelohnt. Hoffentlich war was drin. Ja, 3000 ist gut. Kann ich mit um, ne? Ist nicht überragend viel, aber auch nicht so wenig. Ja, super. Ach, guck mal, da liegt auch noch Munition rum. Das ist doch schön hier. Ach, und Element Zero auch noch gefunden. Das finde ich doch gut. Super. Okay, und dann muss ich da vorne weiter lang. Na, guck mal, hier kann ich abspeichern. Das ist doch auch gut. Gut, ich würde nämlich jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich einen Schnitt setzen und würde sagen, ich mache hier dann jetzt im nächsten Part weiter und schau mal, dass ich hier weiter vorankomme. Ich danke dir jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.